hallo meine lieben und willkommen zurück auf meinem kanal habe ich mir gedacht nach gefühlt jetzt lasst mir überlegen fünf monaten ja es sind tatsächlich wieder fünf monate her seit meinem letzten unboxing es wird mal wieder zeit für was neues damals hatte ich ja das mondus debug zu guardians of the galaxy vorgestellt was mir echt richtig gut gefällt und heute geht es weiter mit free guy an dieser stelle noch mal einen ganz 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 dicken lieben herzlichen dank an meinen super tollen taffen kollegen mario von meiner facebook seite der mir dieses schicke teil doch tatsächlich noch nachträglich zu meinem geburtstag geschenkt hat auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht verdient hätte ist detail gehe ich jetzt nicht aber mensch er hat ja ein gutes herz und dachte sich komm tust du den basti noch was gutes und ich habe mich im nachhinein dann doch riesig drüber gefreut und deswegen packt man das dann heute mal zusammen aus ja da ist das schicke teil eines richtig coolen films zumindest wer das genre mag wer selber gamer ist oder so der sollte sich den film definitiv nicht entgehen lassen bevor ich mal aufreise hier schon mal ein paar eckdaten vorweg genau ryan reynolds wie er leibt und lebt zur geschichte möchte ich an der stelle gar nicht allzu viel verraten auf der einen seite sieht man es ja dann eh gerade schön in der kamera und auf der anderen seite gibt es dazu auch ein video dazu weil ich habe mir den film damals im kino angeschaut im sinne chitter in nürnberg an meinem kinotag zusammen mit was war es noch so setzquad genau und war hellauf begeistert von dem film meine erwartungen waren dementsprechend hoch und die wurden selbstverständlich auch erfüllt ganz vorsichtig mit dem messer hier wollen ja nichts zerkratzen und ja dann ist mir doch tatsächlich letzte woche das steelbock noch ins haus geflattert ich bin schon so nervös ich krieg's noch nicht einmal auf weil ich einfach nichts zerkratzen möchte weil das ist ja doch so ein ziemlich macht auf den ersten blick so ein anscheinend empfindliches blau dunkelblau die farbe finde ich schon mal sehr schick kann man ja wirklich nicht mehr gern super jetzt habe ich mich eingecremt das sieht man gleich wieder die ersten fettfinger das ist natürlich nicht so schön aber was soll's hilft ja jetzt alles nix so zack dann packen wir das mal aus so dann befreien wir es erstmal aus der banderole aus der kleinen hülle so ist ja zum glück nichts festgeklebt das finde ich auch immer ganz schön so genau dann gehen wir das jetzt auch einmal step für step durch ryan reynolds ist das da in dieser action geladenen comedy genau geil führt ein leben eines einfachen kassierers bla 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 ich sag nur am ende so eine brille möchte ich auch genau die hier sieht zwar aus wie eine 3d brille aber diese brille hat es tatsächlich in sich und ja er durchlebt dann eine art videospiele wo er eigentlich gedacht hat er lebt in einer in der richtigen welt er ist in der richtigen welt zu hause genau dann haben wir okay die extras selber man sieht sie ja ganz schön halten sich ja sogar in grenzen auf der einen disk ist der hauptfilm als auch die extras dabei ich denke mal gerade bei so einem film der wirklich so richtung fast spieleverfilmung geht hätte man denke ich mal fast ein bisserler mehr reinpacken können aber ich sag mal so ich bin jetzt auch nicht derjenige der sich jetzt stundenlang irgendwelche extras reinzieht ausgenommen von herr der ringe vielleicht und selbst da habe ich noch nicht alles durch von daher kann ich zumindest verschmerzen leute die gerne extras sich reinziehen und davon nie genug bekommen die sind vielleicht ein bisschen enttäuscht weil ihr seht es selber doch sehr dürftig ausgefallen aber okay sei es drum ist nun mal so vielleicht gibt es ja irgendwo im netz noch ein paar sachen die man sich so nachträglich reinziehen kann also auf auf der disk selber oder meinetwegen eine zweite scheibe wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen da unten haben wir dann noch was zu audio dts hd dolby digital plus 7.1 untertitel wie man es halt so kennt genau dolby audio laufzeit knapp zwei stunden und ja die zwei stunden die vergehen übrigens wie im fluge die schauen sich ratzfatz weg und jetzt kommen wir zum eigentlichen ich will jetzt nicht in höchsten tönen loben aber es ist definitiv nicht ganz so hässlich wie ich mir gedacht oder wie ich gedacht hatte denn sind wir mal ehrlich das blau selber dieses dunkelblau hat auf jeden fall was für sich auch dieser dieser schimmer effekt was ist denn das keine ahnung irgendeinen fleck kriege ich jetzt nicht weg also das hat schon was dieser glanz effekt der ist schon nicht verkehrt aber gerade bei dem film hätte ich mir vielleicht so ein 3d 3d aufdruck gewünscht oder so ein so zum reinschieber so ein ländikular 3d ländikular teilchen was du vielleicht abnehmen kannst du musst ja von einem von den einen oder anderen film her kennen das wäre mit sicherheit ganz cool geworden aber ansonsten so dieser effekt der kann sich durchaus sehen lassen genau da sieht man es noch mal ganz schön auch sehr detailreich gehalten das ganze und ja ryan reynolds sieht man erkennt man auch richtig gut also beziehungsweise guy in der hinsicht da unten den hasen ja was es mit dem auf sich hat will ich jetzt an der stelle nicht verraten aber ja coole schuhe auf jeden fall so viel dazu okay ja da hat man sich ja richtig ausgetobt auf der rückseite nur sein goldfisch okay also da wäre wahrscheinlich doch etwas mehr drin gewesen ist jetzt sieht man natürlich schon den ganzen fettfinger hier da jetzt natürlich nicht so schön was das angeht ist es ja dann doch sehr empfindlich aber nachdem ich ja die meiste zeit eh in so einer schutzhülle aufbewahre ist es jetzt halt zu wild aber ist halt was das angeht sehr ja die fingerabdrücke zieht es halt magisch an aber der goldfisch ist ein bisschen sporadisch ausgefallen so jetzt kommen wir doch mal zum innenteil wie schaut es denn da aus ja wie gesagt eine scheibe ne mhm der goldfisch echt jetzt nur der goldfisch auch leutler kommt ey das war so ein abgespaceder abgedrehter film und dann fällt euch nicht mehr ein außer dieser goldfisch ja okay sei es drum der goldfisch drücken so okay aber ja das hintergrundbild das kann sich hingegen durchaus sehen lassen und wenn ich jetzt so drüber nachdenke hätte ich das vielleicht fast vorgezogen als frontcover auf dem steelbook das wäre mal richtig nice gekommen der 3d effekt hier ist übrigens auch richtig cool geworden aber ja also ich würde fast sagen wenn wir ich lege die scheibe mal kurz zur seite wenn man sich das jetzt anschaut im vergleich zum normalen da wäre doch würde ich mal behaupten würde sich doch gut machen ne auf der front ne also da ja also es ist ich sag mal so es ist auf jeden fall luft nach oben es ist jetzt nicht hässlich oder so gar keine frage sie haben sich echt ins zeug gelegt passt halt einfach so zum film ne so gamermäßig auch das mit dem medipack da unten aber wenn ich jetzt den intel anschaue denke ich mir so leutla das hättet auch umdrehen können das nach außen und das andere nach innen aber nichtsdestotrotz in erster linie geht es ja eher um den film ne und der macht kann mich ja nur wiederholen echt tierischen spaß ja und von ja dann legen wir doch die disc mal wieder rein ja also so eine bonus das ich denke mal für all diejenigen die gerne bonus material sich reinziehen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen aber nichtsdestotrotz also innen cooles motiv auf jeden fall da wäre auf definitiv mehr drin gewesen ei 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 die ganzen fettflecken hier dann hast du es hier nochmal an der seite schön so rum free guy schlicht und einfach goldfisch und die front ne doch ähm prinzipiell ist es ja an und für sich so sind wir ja mal ehrlich ne solange der film was taugt ist der rest fast egal ne es gibt ja wirklich echt hässliche steelbooks das gehört definitiv zwar nicht dazu aber für mich persönlich wenn man jetzt den film schon kennt und weiß was da so alles passiert hätte man sich hier wirklich noch ein bisschen austoben können aber ich bin dennoch ganz zufrieden damit auch eben dieses blau dieses dunkelblau ähm das hat schon was na gut ihr lieben ja ich sage mal das wäre es dann von meiner seite aus gewesen zu diesem filmchen dann wäre ich durch mit meinem heutigen unboxing zu free guy schreibt doch mal in die kommentare was ihr denn von dem steelbook haltet oder äh ist euch das nicht so wichtig kauft ihr überhaupt steelbooks oder reicht euch die normale scheibe vollkommen aus wie steht ihr auch zu extras braucht das braucht das nicht unbedingt weil hier ist es wirklich nicht allzu umfangreich ausgefallen als rein in die kommentare und ja dann klinke ich mich aus für heute und wünsche euch noch ein wunderschönes der restwochende tschau euer basti vom kinoblog bye bye